Die US Space Force plant Starship-Landeplätze auf einem geheimen Atoll im Pazifik. SpaceX und die FAA untersuchen weiter den Fehlschlag von Starship 8. Wann kommt der nächste Testflug? China lädt erstmals internationale Partner zur Mars-Proben-Rückführung ein. Der Wendepunkt? Der streng geheime US-Raumgleiter X-37B kehrt aus dem Alt zurück. SpaceX-Trümmer auf Polen verharmlost, das kostet polnischen Raumfahrtchef den Job. Und Q10 musste den ersten Startversuch in letzter Minute abbrechen. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Die US Space Force will eine verlassene Militärbasis auf einer abgelegenen Pazifikinsel wiederbeleben. Das Ziel, dort neue Technologien für das Raketenfrachtprogramm testen. Das soll den schnellen Transport von Militärgütern per Rakete zu jedem Ort der Erde in unter einer Stunde ermöglichen. Eine Fähigkeit, die im Starship-Programm auch als Point-to-Point-Flüge bezeichnet wird. Das Johnston Atoll, das liegt etwa 1380 Kilometer südwestlich von Hawaii und hat eine bewegte Geschichte. Es wurde für nukleare, chemische und biologische Waffenversuche genutzt, aber 2003 dann verlassen. Ja und ganz nebenbei liegt die Insel auf der bisherigen Flugroute aller vollintegrierter Starship-Testflüge. Die Space Force, die plant den Bau von zwei Landeplätzen, um bis zu zehn Raketenlandungen pro Jahr über vier Jahre hinweg zu testen. Die Idee, Raketen sollen große Mengen an Material innerhalb von Minuten statt von Tagen weltweit transportieren können. Das Johnston Atoll ist ein Naturschutzgebiet, was eine umfassende Bewertung notwendig macht. Ergebnisse dazu erwartet man in den nächsten Monaten. Der Pazifik wird als möglicher Krisenherd betrachtet, insbesondere im Hinblick auf die Spannungen zwischen China und den USA. A. Die US-Militärstrategie setzt als Lehre auf den logistisch sehr anspruchsvollen Konflikt mit Japan im Pazifik während des Zweiten Weltkriegs auf schnelle Reaktionsfähigkeit. Wenn Raketen als Transportmittel für Truppen und Versorgungsgüter funktionieren, dann könnte das die globale Logistik revolutionieren. Ja und damit sind wir eigentlich schon voll in den Starship-News. Nicht zuletzt für militärische Frachtflüge muss das Starship zuverlässig funktionieren. Nach dem erneuten, vorzeitigen Ende des achten Testflugs arbeitet SpaceX mit Hochdruck an der nächsten Starship-Oberstufe. Sollte es auf Flug 8 die gleiche Problematik wie auf dem ebenso vorzeitig geendeten siebten Flug sein, könnte ein Fix der bereits gebauten Hardware schwierig werden. Damit bleibt die große Frage, wie geht es weiter mit Starship? Wird die FAA eine schnelle Freigabe für Flug 9 erteilen? Und wie schnell kann SpaceX aus den beiden letzten vier Schlägen lernen? Es mehren sich die Stimmen, die vermuten, dass der achte Flug überstürzt und unter zu viel Druck auf die Teams durchgeführt wurde. Was dann annahm, es könnte in vier bis sechs Wochen zu einem nächsten Start kommen, zumindest in Frage stellt. Obwohl die Starship-Oberstufen aktuell mit Fragezeichen versehen sind, an Erststufen-Hardware hat SpaceX nach der dritten erfolgreichen Super-Heavy-Landung ja keinen Mangel. Im Livestream des ersten Versuchs von SpaceX zu Flug 8, da gab es ein erstes offizielles Rendering, wie die geplante Gigabay aussehen soll. Also eine nochmal deutlich größere Halle für den Bau und die Lagerung von Starship- und Super-Heavy-Stufen. Laut offiziellem SpaceX-Statement sollen mittelfristig auch in Florida Starships und Booster produziert werden. Vorerst werden die Booster und Chips aber auf dem Seeweg von Texas nach Florida gebracht. Die Starship-Startanlage in Florida, die soll noch in diesem Jahr fertig werden. Erste Flüge könnten dann im nächsten Jahr starten. Aktueller Mittelpunkt aber natürlich die Starbase in Texas. Als nächster Kandidat für den neunten Flug, da wurde bisher Starship S35 gehandelt. Gleichfalls ein Block-2-Chip wie die vorzeitig explodierten Oberstufen S33 und S34. S35 wurde am 31. Januar fertig gesteckt. Diese Woche am 10. März wurde es zur Mercy's Testanlage gerollt und dort dann am 11. und 12. März insgesamt drei Cryo-Tests unterzogen. Am 13. März ging es dann zurück zur Produktionsstätte. Sollte SpaceX diesen Start trotz der Probleme auf Flug 7 und 8 planen, rechnet man damit, dass Chip 35 als nächstes dann seine Raptor-Triebwerke erhält. Sollte SpaceX nicht planen, einen der bisher gefangenen Booster erneut zu fliegen, wäre der logische nächste Kandidat Booster 16. Er hat am 28. Februar bereits einen Cryo-Test absolviert und wird wohl als nächstes Triebwerk gehalten und seine Testfeuerung demonstrieren. Neben der Starship-Entwicklung und Fertigung in Südtexas in Boca Chica baut SpaceX ebenso die Starlink-Fertigung weiter aus. Auch dazu gab es erste Einzelheiten aus dem offiziellen Starship-Livestream. Es war das erste Mal, glaube ich, dass es bewegte Bilder aus der Starlink-Antennen-Produktion in Bestop in Texas gab. Die aktuelle Fertigungskapazität liegt bei über 4 Millionen Starlink-Antennen im Jahr. Das Video heute wird euch von den Senkrechtstarter-Schutzengeln präsentiert. Gerade in den aktuellen Zeiten bin ich besonders dankbar, dass es sie gibt. Wer das genauer verfolgt, der hat sicher gemerkt, dass meine Views stark eingebrochen sind. Ich kann es niemand verübeln, wenn aufgrund einzelner Personen oder der politischen Entwicklung die Freude an der Raumfahrt verliert. Umso wichtiger ist es mir zu betonen, wie sehr es hilft, dass es die Senkrechtstarter-Schutzengel gibt, diejenigen, die den Kanal regelmäßig auch finanziell unterstützen. Allein mit den YouTube-Einnahmen, da wäre der Kanalbetrieb nämlich nicht möglich. Wenn auch du die Berichterstattung über Raumfahrt wichtig findest und die Begeisterung dafür im deutschen Sprachraum aktiv fördern möchtest, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt es dann ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Wenn du andere Wege suchst, den Kanal zu unterstützen, Like und Abo, das hilft nicht vergessen und gerne meine Videos teilen. Ich hatte schon letzte Woche darüber berichtet. Eines hat gemein startet, bringt Starlink-Satelliten ins All, landet sicher auf dem Droneschiff und ist bereit für den nächsten Flug. Das sind wir zumindest gewohnt. Doch bei einer der letzten Missionen, da verlief nicht alles nach Plan. Nach der zunächst erfolgreichen Lernung auf Just Read The Instructions im Atlantik kam es zu einem plötzlichen Brand im Triebwerksbereich. 45 Sekunden nach der Landung stand der Booster in Flammen und war nicht mehr zu retten. Die Ursache ein Treibstoffleck während des Aufstiegs. Laut SpaceX trat während des Flugs Kerosin aus und landete auf heißen Komponenten im Triebwerksbereich. In der sauerstoffarmen Umgebung der oberen Atmosphäre konnte das Kerosin sich nicht entzünden. Doch nach der Landung, als genug Sauerstoff vorhanden war, kam es dann zu unkontrollierten Zündungen. Das ist ein echtes Problem, denn SpaceX setzt ja auf die Wiederverwendbarkeit und wenn Booster plötzlich auf der Plattform abbrennen, dann kostet das Zeit und Geld. Der betroffene Booster, der sollte eigentlich bald für eine weitere Mission eingesetzt werden. SpaceX untersucht jetzt, ob es sich um einen einmaligen Vorfall handelt oder ob das Problem auch bei anderen Boostern auftreten könnte. Sollte sich herausstellen, dass mehrere Falcon 9 betroffen sind, könnte das Konsequenzen für den gesamten Startkalender haben. Noch ein anderer SpaceX-Vorfall hat ein Nachspiel. Der bisherige Präsident der polnischen Raumfahrtagentur Polsa, der wurde entlassen wegen seiner Reaktion auf Trümmer einer Falcon 9-Raketenstufe, die über Polen niedergegangen sind. Anfang März meldeten Bewohner der Region Poznan, Trümmer eines Raketenbauteils seien auf einem Feld niedergegangen. Es stellte sich heraus, es handelt sich tatsächlich um einen Teil einer Falcon 9-Oberstufe, die unkontrolliert wieder in die Erdatmosphäre eingetreten war. SpaceX selbst hat sich nicht offiziell dazu geäußert, aber die Trümmer wurden mittlerweile von der polnischen Regierung untersucht. Die Kritik an Wrochner, dem Chef von Polsa, entzündete sich daran, dass er die Situation zunächst herunterspielte und die Bedenken der Öffentlichkeit nicht ernst zu nehmen schien. Die polnische Regierung sieht die Entlassung als notwendigen Schritt, um das Vertrauen in die Raumfahrtagentur wiederherzustellen. Inwieweit dies Auswirkungen auf die zukünftige polnische Raumfahrtpolitik haben wird, bleibt abzuwarten. Der polnische ESA-Projekt-Astronaut Slavosz Uznański-Wiesniewski soll mit Axiom 4 ja im April zur ISS starten. Apropos zur ISS starten. Der Start von Q10 zur ISS, der musste am Donnerstagmorgen in letzter Minute abgebrochen werden. Und das, obwohl die Astronauten schon angeschnallt in der Dragon-Kapsel saßen. Weniger als eine Stunde vor dem Lift-Off stellte das SpaceX-Team ein Problem mit der Hydraulik des Strongback-Arms fest. Also des Stützarms, der die Rakete während der Startvorbereitung aufrichtet und auch die Versorgungsinfrastruktur bereithält. Der erste Startversuch, der wurde daher abgebrochen und Q10 musste wieder aussteigen. Der Start wurde dann auf den 13. März verschoben, doch da machte das Wetter nicht mit. Jetzt soll es in der Nacht vom 14. auf den 15. März endlich klappen. Also nachdem ich das hier aufnehme. Im finalen Video dann blenden wir natürlich ein, ob der Start stattgefunden hat. Ganz interessant, was es von Seiten der NASA vor dem Start und Infos gab. Eigentlich sollte ja eine brandneue Dragon-Kapsel C213 fliegen. Doch wegen Verzögerung wurde stattdessen Dragon Endurance ausgewählt. Eine bewährte Kapsel, die bereits Crew-3, Crew-5 und Crew-7 sicher ins All gebracht hat. Da sie schon mehrfach geflogen ist, zeigten sich unter anderem an einigen Draco-Triebwerken der Endurance-Abnutzungserscheinungen. SpaceX führte daher Tests durch, die die Beschichtung gegen Oxidation prüften. Der eingesetzte Falcon 9-Booster B1090, der hebt zum zweiten Mal ab. Er wurde zuletzt am 17. Dezember 2024 für einen Satellitenstart genutzt. Sollte immer gelten, aber natürlich besonders bei Crewflügen, better safe than sorry. Aber SpaceX startet ja nicht nur Crew für die NASA und das bringt uns in den Starts der vergangenen Woche. Am 12. März startet SpaceX von Vandenberg mit Falcon 9 für die NASA die Doppelmission Sphere X und Punch gestartet. Sphere X soll das Universum kartieren, während Punch die äußere Atmosphäre der Corona der Sonne untersucht. Sphere X wird in den kommenden zwei Jahren den ganzen Himmel in 102 verschiedenen Lichtwellenlängen durchmustern und eine 3D-Karte von mehr als 450 Millionen Galaxien erstellen. Ziel ist es mehr über die kosmische Inflation, also die extrem schnelle Expansion des Universums kurz nach dem Urknall zu lernen. Punch wiederum wird sich auf die äußere Atmosphäre der Sonne und den Sonnenwind konzentrieren. Warum ist das wichtig? Ja, Weltraumwetter kann Satelliten beschädigen, Stromnetze auf der Erde stören und sogar Astronauten gefährden. Die vier jetzt gestarteten Punch-Satelliten, die sollen helfen, bessere Vorhersagen für Sonnenstürme zu ermöglichen. Der Start dafür lief ohne Probleme und die Falcon 9, die landete sicher auf der Landzone in der Vandenberg Space Force Base. Aber die Woche ist natürlich nicht nur SpaceX gestartet. Von Wing Chang in China aus brachte eine lange Marsch 8 eine weitere Ladung Satelliten der staatlichen Internetkonstellation 1000 Segel in den Orbit. Die Satelliten, die sollen Echtzeit-Datenübertragung für verschiedene Anwendungen einschließlich autonomen Fahrens verbessern und sollen einmal aus 14.000 Satelliten bestehen. Am 13. März, da brachte eine Falcon 9 von Cape Canaveral aus eine weitere Ladung Starlings in den Orbit. Mittlerweile sind es ja über 6.000 betriebsbereite Satelliten. Ja, und dann hatten wir den verrückten Start Samstag mit den unfassbar vielen Starts. Spoiler, natürlich kein einziger aus Europa. Von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland hob am 15. März eine Elektronrakete mit einem SAE-Erdbeobachtungs-Satelliten für IQPS ab. Von Jing-Quan aus brach eine lange Marsch 2D auf mit einer mir nicht bekannten Nutzlast. Man vermutet, dass es sich um Erdbeobachtungs- oder Spionagesatelliten handelt. Eine Falcon 9 startete auch am Samstag von Vandenberg mit der Transporter 13 Mission. Diese Mitfahrgelegenheit, die brachte wieder mehrere Klein- und Kleinst-Satelliten für verschiedene Kunden ins All. Eine weitere Falcon 9 brach mit Starlings-Satelliten von Cape Canaveral ins All auf. Und vom Kosmodrom Plesetsk, da startete eine Angara 1.2 mit einer geheimen Kosmos-Nutzlast für das russische Militär. Ja, und für Firefly, da läuft's gerade rund. Von Vandenberg aus hob der Kleinträger des Unternehmens die Alpha-Rakete mit der Mission Message in a Booster ab. Letzte Woche hatte ich das schon kurz angeteasert. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut unbedingt noch den Beitrag des MDR einfach genial zum Flying-Suit von Konstantin Ladouris. Fliegen wie Ironman? Konstantin hat sich den Traum vom Fliegen erfüllt und einen elektrischen Fluganzug entwickelt. Sein Ziel, schnelle Hilfe im Alltag für Rettungskräfte, Monteure, die Bundeswehr oder einfach um ein bisschen Spaß zu haben. Ob's der erste Schritt in eine Zukunft ist, in der jeder fliegen kann, das durfte ich persönlich testen. Nach dem Erfinder Konstantin war ich der erste Testpilot überhaupt. So viel kann ich euch sagen. Es war ein großer Spaß. Den Beitrag, den findet ihr unter dem Video. Für den Flying-Suit-Beitrag vom MDR, da bin ich nach München gefahren. Dort war ich ja schon mal dienstlich unterwegs und zwar bei Isar Aerospace. Ja, die norwegische Raumfahrtagentur hat Isar nun damit beauftragt, mehrere Nutzlasten zu starten. Die Starts, die sollen mit der neuen Spectrum-Rakete erfolgen. Die Missionen, die werden dann vom Andoja Spaceport in Norwegen aus starten. Der Erststart der Spectrum von Isar, der könnte ja zum ersten Orbitalraketenstart aus Kontinentaleuropa werden. Das war auch die erste deutsche Orbitalrakete. Das ist natürlich auch für Isar ein wichtiger Meilenstein. Die Spectrum, das ist ein zweistufiger Träger, die etwa eine Tonne in einen niedrigen Erdorbit bringen kann. Die Rakete soll vor allem kleinen und mittelgroßen Satellitenbetreibern eine Alternative zu Mitfluggelegenheiten auf größeren Trägerraketen bieten. Ich hatte ja gerade erst darüber berichtet, dass Isar nun beide Stufen der Spectrum-Rakete vor einem Erstflug feurig getestet hat. Ja, und Isar plant den ersten Testflug der Rakete in den nächsten Tagen, Wochen. Bleiben wir gespannt. Der geheime Raumgleiter X-37B, der US-Luftwaffe, ist nach einer Mission von 434 Tagen wieder auf der Erde gelandet. Die robotische Raumfähre, die ja äußerlich an ein verkleinertes Space Shuttle erinnert, die führte während ihres langen Aufenthalts im All verschiedene Experimente und Manöver durch. In den letzten Wochen ist auch auf dem offiziellen Space Force Account das erste Mal ein Bild aus dem Orbit aufgetaucht. Die X-37B ist eines der mysteriösesten Raumfahrzeuge der Welt. Offiziell wird die Mission als Test für neue Technologien beschrieben, doch es gibt Spekulationen, dass der Gleiter auch für militärische Zwecke genutzt wird. Interessanterweise flog die X-37B dieses Mal höher als je zuvor, was darauf hindeutet, dass sie in Zukunft noch weitaus anspruchsvollere Einsätze absolvieren soll. Die X-37B landete sicher auf der Kennedy Space Center Landebahn in Florida, die ja ursprünglich für das Space Shuttle Programm genutzt wurde. Es war bereits die siebte Mission der X-37B. Einige Experten vermuten, dass die X-37B langfristig als Plattform für die Erprobung neuer orbitaler Manöver und möglicherweise sogar als Träger für kleine Satelliten oder Sensoren dienen könnte. Welche Experimente genau während der Mission durchgeführt wurden, bleibt weiter aber streng geheim. Ein beschädigter Versandcontainer, der könnte die für Juni geplante Cygnus-Frachtmission NG-22 verzögern. Die NASA prüft derzeit, ob das Frachtraumschiff von Northrop Grumman selbst Schaden genommen hat. Da NG-22 bereits zuvor verschoben wurde, reagiert die NASA und passt den nächsten Cargo-Dragon-Flug im April an. Statt geplanter Experimente werden dort dann nun mehr Lebensmittel und Verbrauchsgüter zur ISS transportiert. Ob NG-22 wie geplant im Juni starten kann, das bleibt unklar. Die Inspektionen laufen. Apropos Docking an Raumstationen. Inien hat endlich Bilder vom Spadex-Docking-Experiment im Orbit geteilt, was ich euch hier natürlich nicht vorenthalten will. Inien möchte ja neben eigenen Crewflügen eine eigene Raumstation aufbauen und langfristig auch eigene Flüge zum Mond mit Crew unternehmen. Da sind Dockingfähigkeiten natürlich super wichtig. Wir bleiben in Asien und bei ambitionierten Raumfahrtprogrammen. China treibt seine ambitionierte Mars-Forschung weiter voran und hat nun angekündigt, dass die für 2028 geplante Mars-Probenrückführmission für internationale Zusammenarbeit geöffnet wird. Die Mission, die unter der Bezeichnung Tianwen-3 läuft, soll Bodenproben vom Mars sammeln und zur Erde bringen. Eine technologische Herausforderung, an der zurzeit ebenso NASA und ESA zusammenarbeiten. Die NASA-geführte Mission zur Rückführung der Perseverance-Proben hat aber wegen Budgetproblemen eine ungewisse Zukunft. Mit Sicherheit würde sie erst deutlich nach dem Start der chinesischen Mission stattfinden. Sollte China tatsächlich schneller sein, könnte es als erstes Land der Welt echte Mars-Proben zur Erde bringen. Ein historischer Erfolg in der planetaren Forschung und eine sehr, sehr lange Nasung in Richtung USA. Dass China nun internationale Partner zu seinen A-Missionen einlädt, das ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Bisher arbeitete das Land ja weitgehend isoliert im Raumfahrtsektor, auch da die US-Regierung die Zusammenarbeit mit China gesetzlich untersagt hat. Es bleibt abzuwarten, ob europäische Raumfahrtagenturen oder andere Länder an der Mission teilnehmen werden. Besonders in Zeiten, in denen internationale Abkommen mit den USA doch eher fragil wirken. Während man sich in Europa gern einen Fußballverein oder eine neue Oper kauft, gehört in den USA für Milliardäre der Besitz einer Raumfahrtfirma, glaube ich, zum guten Ton. Wie die Times berichtet, wird Eric Schmidt, ehemaliger CEO von Google und Alphabet, neuer Chef von Relativity Space. Schmidts Vermögen, das wird laut Forbes auf 23,3 Milliarden Dollar geschätzt. Relativity, das setzte ja zuerst stark auf 3D-Druck in der Raketenproduktion und hatte mit der kleinen Terran One erste Tests durchgeführt. Nach einem gescheiterten Start 2023 wurde der Fokus dann auf die größere, wiederverwendbare Terran A gelegt. Die Terran A soll dieses Jahr fertiggestellt werden und 2026 erstmals starten. Wen das mehr interessiert, es gibt neue Videos von fast einer Stunde Länge auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Relativity. Es war bekannt geworden, dass Relativity Nutzlastverkleidung bei der Schweizer Firma Beyond Gravity, früher Ruag, zukaufen möchte, die ja auch die Nutzlastverkleidung für ULA und Ariane Group herstellt. Mich würde es nicht wundern, wenn die Tankdome, die laut Relativity ebenso zugekauft werden, sogar aus deutscher Produktion kommen. Apropos aus deutscher Produktion, Rocket Lab hat angekündigt, den angeschlagenen deutschen Hersteller von optischen Kommunikationssystemen Mineric zu übernehmen. Mineric liefert Laser-Kommunikationsmodule für Satelliten, unter anderem für die US Space Development Agency. Trotz hoher Nachfrage nach Laser-Terminals geriet das Unternehmen durch Produktionsverzögerung und steigende Kosten in finanzielle Schwierigkeiten. Rocket Lab will jetzt Minerics Produktion skalieren, um die steigende Nachfrage nach Satellitenkommunikation zu bedienen. Die Restrukturierung, die soll bis Sommer abgeschlossen sein. Der Deal, der hängt von Minerics laufender Restrukturierung ab, die alle börsengehandelten Anteile eliminiert. Das heißt, die Aktionäre gehen dann wie bei Warta leer aus. Wir kommen zu den Starts der kommenden Woche. Am Montag, 17. März, da startet Galactic Energy vom Jing-Kwan Satellite Launch Center in China die Ceres-1-Feststoffrakete. Die nutzt das, die ist mir nicht bekannt. In der Nacht auf Dienstag, 18. März, da startet Rocket Lab von der Mahir-Halbinsel in Neuseeland. Die Elektron, die soll dann eine weitere Ladung IoT-Satelliten für den französischen Satellitenbetreiber Kines in den Orbit bringen. Am Dienstagabend, 18. März, startet voraussichtlich eine Falcon 9 von Cape Canaveral mit einer weiteren Ladung Starlinks. Am Donnerstag, 20. März, da startet SpaceX von Veneburg eine geheime Mission für das National Reconnaissance Office des Pentagons. Details zur Nutzlast, die gibt es nicht, aber es dürfte sich um neuen Spionagesatleten handeln. Am Freitag, 21. März, folgt der nächste Ceres-1-Start von Jing-Kwan. Auch hier ist die Nutzlast mir nicht bekannt. Ja, und zum Abschluss der Woche startet SpaceX am Samstag, 22. März, erneut eine Starlink-Mission von Veneburg. Der Booster, der soll im Pazifik landen, auf dem Roadshow, of course, I still love you. Ja, ich hoffe, die News, die haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen, die Raumfahrt ist und bleibt spannend, Hashtag Apollo-Moment. Das sollte man auf keinen Fall verpassen, also unbedingt das Abo dalassen, wenn du keine weiteren Raumfahrt-Nachrichten mehr verpassen möchtest. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben, dein Mo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.